Mit L.A. Noire schaffen Team Bondi und Rockstar Games einen einzigartigen Crime-Thriller, der die Arbeit als Detective während der goldenen Jahre Hollywoods beleuchtet. Der schillerndsten und gnadenlosesten Zeit in der Geschichte L.A.s. L.A. PD, bitte stehst du klar auf das Körper, bitte! Echte Kriminalfälle dienten als Vorbild für ein Spiel, in dem es gilt Verbrechen und Verschwörungen, in einem bis ins kleinste Detail nachgebildeten Los Angeles aufzuklären. 1947, noch gibt es keine Freeways. Alkohol, Jazz und Korruption prägen die Stadt. Das Spiel kombiniert klassische Action-Elemente wie Schießereien, mit Ermittlungsarbeit und Verhören. Kombinationsgabe ist ebenso wichtig wie geschickt bei Kämpfen und bei Verfolgungen. Du spielst Cole Phelps, Kriegsveteran und angehender Cop, dem ein dunkles Kapitel aus dem Zweiten Weltkrieg nachhängt. Phelps beginnt seine Laufbahn beim L.A.P.D. als Streifenpolizist. Es folgen Verkehrsdezernat, Mordkommission, die Sitte und Brandstiftung. Statt aus Missionen besteht jede Abteilung aus in sich geschlossenen Fällen. Gelöste Fälle stellen Phelps vor neue Herausforderungen und bringen ihn näher an das dunkle Herz der Unterwelt von Los Angeles. Jeder Fall besteht aus mehreren Elementen. Es gilt Tatrotte zu untersuchen, Zeugen zu vernehmen, Schlüsselpersonen aufzuspüren und zu verhören. Der Spieler muss auf das Verhalten von Verdächtigen und Zeugen achten, um Lüge von Wahrheit zu unterscheiden. Schätzt man einen Zeugen richtig ein oder konfrontiert ihn mit den richtigen Beweisen, erhält man neue Hinweise und Anhaltspunkte. Die Grundlage bildet die Motion Scan-Technologie, mit der Schauspieler eingescannt werden. Motion Scan nutzt 32 HD-Kameras, um Gesichter zu erfassen und jedes Detail in der Mimik des Darstellers ins Spiel zu übertragen. Ein verräterisches Blinzeln, ein Lächeln oder ein Anflug von Wut. Leroy Sabo, du bist unter Arrest. In L.A. Noire entscheiden Kombinationsgabe und Menschenkenntnis. Jesus, wir haben ihn. Fallgelöst oder Fehlschlag. Die packende Mischung aus Action und Ermittlungsarbeit durchbricht Genre-Grenzen und schafft einen einzigartigen und fesselnden Thriller, der den Spieler in das Los Angeles der 40er Jahre eintauchen lässt. This is how a good detective operates. You keep digging and asking questions until you get to the truth.